Wow, diese Klasse ist sehr langweilig. Ich will Fußball spielen. Hallo Sommer, willst du heute Abend Fußball spielen? Prima, ich muss meine Hausaufgaben machen und dann spielen wir Fußball. Hallo. Komm schon, wir sind Sommer. Wo ist er? Er ist ein Klasse. Ah, wir konnten vor allem fern durch die Klasse. Was sind gehen? Ah, gut. Ich habe einen großen Präfer um heute Abend. Nein. Was möchtest du am Wochenende? Bis am Wochenende, dich besuche meine Eltern. Und du? Ah, bis am Wochenende, ich kattere. Danke. Wow, Sommer ist nicht hier. Ja, ich bin fünf Minuten und hier ist nicht hier. Ich prüfe die Jonathan an. Er ist nicht anfordern. Woran ist Jonathan? Jonathan und Tüsen? Ist das Tüsen? Nein. Wo ist Jonathan? Hier ist Jonathan. Hier ist Jonathan. Hier ist Jonathan. Nein. Hier ist Jonathan. Ist Jonathan hier? Shhh. Ist Jonathan hier? Jonathan. Ist Jonathan tot? No. Ey. Wir sollen Fußball spielen. Okay, let's go. Ich liebe Fußball spielen. Ja. Es gibt einen Schlagelwerter. Kannst du mir den Jockerwerter? Nein, ich kann nicht mit Jockerwerter. Hahaha